Hallo Kinder, hier ist wieder euer Lars aus unserer kleinen Muckibude. Wir kommen jetzt zur dritten und letzten Übung, die ihr gerne auch drin machen könnt. Ihr braucht dafür nur eine kleine Matte und euer eigenes Körpergewicht. Dadurch, dass es jetzt doch kalt draußen ist und das Wetter nicht ganz so toll, versucht euch auch drinnen gerne zu bewegen. Wir kommen jetzt zur Übung. Wir starten einmal im Vierfüßloch, stützt euch mit den Händen den Boden ab. Dann aus der Position versucht ihr schön den Bauchnabel nach innen zu ziehen, den Bauch fest anzuspannen. Nehmt dann die Knie leicht in die Luft und versucht diese Position zu halten, gerne für 5 bis 10 Sekunden. Wenn es euch leicht fällt, gerne auch etwas länger. Ihr werdet merken, der Bauch muss arbeiten und auch die Beinmuskulatur. Wenn es euch leicht fällt, gerne auch zu sehen. Vielen Dank.